Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns heute das Video an, wo Palutin das allererste Mal Subway Surfers spielt. Und Freunde, Palutin hat auch ein Video hochgeladen, wo er einen Subway Surfers Rekord aufstellt. Wollt ihr, dass ich diesen Rekord mal probiere, in einem Video zu knacken? Wenn ja, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich bin mal sehr gespannt. Tut mir leid, dass heute nur eine Reaction Anführungszeichen kommt. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte mir das sowieso privat auch angucken, weil das wieder hat fast 600.000 Aufrufe bei Palutin. Also sehr, sehr krass. Ich bin mal sehr gespannt. Wir starten rein. Abonniert unbedingt den Kevin Spielt Kanal, gebt einen Daumen nach oben und schreibt auch mal in die Kommentare, ob ich dann den Rekord von Palutin mal knacken soll. Und ich würde sagen, es geht los. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich möchte auf jeden Fall nochmal Clash of Clans, glaube ich, spielen. Brawl Stars. Habe ich gesehen. Brawl Stars hat er gespielt. Ich gehe jetzt mal hier auf Spielen. Okay. Das geht schon los. Spring. Ahaha. Was? Hä? Wie springe ich denn? Achso, ich muss nach oben bisschen. Oh nein, Palutin. Oh nein. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich weiß nur... Digga, wie kann man denn nicht Subway Surfers spielen? Ich fasse es nicht. Und ich weiß, es wird jetzt auch wahrscheinlich, wenn ich dann Brawl Stars oder so spiele, kommt ein bisschen Hate auf, weil einige das Spiel irgendwie nicht geil finden. Lass super gerne einen Like da. Hä, was? Wer feiert denn Brawl Stars nicht? WTF? Warum sagt der das so random? Äh, das würde mir auf jeden Fall helfen. Zack. Weil jeder Like empfiehlt das Video sozusagen auch so ein bisschen weiter. Stimmt. Ja, das ist halt immer... Das ist, glaube ich, gerade jetzt in Kalifornien, ne? Oh, 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 was ist... Alter, was machst du denn jetzt? Mach doch mal weg, Alter. Achso, er darf mich... Achso, ich mache so illegalen Kram, ne? Geht das unendlich weiter oder habe ich irgendwann das Level... Durchgespielt. Alter, was bist du denn? Wow! Junge, Pogo... Boah, ich bin mal gespannt, wann er das erste Mal... Ähm... Fuck hat. Also ich möchte auch sagen, ich werde hier nicht irgendwie bezahlt oder so, dass ich das Spiel spiele. Ich hatte ja zum Beispiel letztens ein Placement zu Hay Day. Hat auch super Spaß gemacht. Also das geht jetzt nicht darum, dass ich sage, oh, das war super toll, weil ich Geld dafür bekommen habe, sondern... Oh, oh! Ne! Ah! 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 154! Ich glaube, die nennen sich Supercell. Ja! Ja, auch diese Clash of Clans, Clash Royale. Ich weiß, dass Trimax damit ja groß geworden ist. Ist richtig. Der hat ja mit Clash of Clans angefangen. Belohnung abholen. Irgendwie ein paar Looten echt ein bisschen verloren mit den Supercell-Spielen. Okay, zweite Runde. Ah, okay. Der ist aber auch übertrieben nah an einem dran. Okay, diesmal, diesmal schaffe ich es. Diesmal wäre ich der Kaffee. Ja, der Werther, der ist sehr schnell. Ah, jetzt springe ich, oder was? Oh, ja. Jetpack! Oh, jetzt direkt hier rein. Obwohl, das hat mir das letzte Mal so ein bisschen das Genick gebrochen, ne? Das Jetpack? Jetpack ist immer gut. Jetpack ist OP. Oh, Junge. Ah, was geht ab? Also, ne, ich will mal kurz festhalten. Ich bin kein Subway-Selvers-Profi. Ich zock das nur sehr gerne. Und deswegen gucken wir uns auch das Video von ihm an. Weiß ich nicht, ob ich ihm Tipps mitgeben kann, weil ich selber ein bisschen nop bin. Aber, äh, ja. Ob der, der Polizist, ob der krass an mir dran ist. Also, wo ist denn da der Marker? Ich, ich, ich check's nicht. Aber, klepp mich da gerne mal auf. Okay, da komm ich auf jeden Fall nicht hin. Guck mal, hier ist jetzt das R. Aber was, was bedeutet das? Ah, Party, Alter. Party, Alter. Das ist für Paletto. Der macht die ganz fette Party hier. Nein! Da hab ich gechokt. So, ich will jetzt nochmal kommen. Paloom, so verloren, ey. Sir, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Nimm die Tretter. Was ist das denn jetzt? Oh, oh. Was sind das für Boots? Kann man jemand sagen, was das für Boots sind? Damit kann man hochspringen. Sehr hoch. Okay, ich muss auf jeden Fall... Er hätte mal springen sollen. Er hat nicht, er hat es nicht ausprobiert. Wir sollten probieren, safe zu spielen, ne? Weil, wenn du irgendwo gegenläufst, dann ist direkt... Der Wärter da. ...dann ist direkt GG. Und ich hab's immer noch nicht gecheckt, was diese Boots gerade gemacht haben. Wenn ich irgendwo hier zum Beispiel gegenlaube... Boom, weg. Direkt... Ja, da komm ich nicht hin. Schade. Uh! Ja, bisher schlägt er sich gar nicht schlecht dafür, dass das erste Mal ist, aber ich hab's ja verspielt. Okay, und was bringt die Party? Und falls ich springen, falls ich eine Mütze auf hab, morgen kommt der... Lucas Brawler ist das Diss-Drag online auf meinem YouTube-Kanal um 11 Uhr. Musikvideo. Oh ja, da ist jetzt so ein Double-Boost. Ah, mal zwei Punkte kriegst du jetzt. Mal sehen, ob er jetzt mehr als 2000 Punkte erreicht. Der Typ ist auf jeden Fall weit weg. Ja. Oh ja. Und unten. Was? Ich bin noch nach unten gegangen. Aber ich hab jetzt hier gut Missionsreihe gut abgeschlossen. Verloren, der Junge, ey. Geil. Zack, Alter. Punktzahlbooster. Ich hab 10.000 von diesen Coins. Oha. Blitzangebote. Ah, fällt er rein? Vorsprung. Ich weiß nicht, ob das... Was soll ich mir davon kaufen, Leute? Ich weiß das nicht. Vorsprung ist eh wusch. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches kaufen. Nachher mach ich mir da irgendwas kaputt. Du hast Post. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke, Alter. Ich hab noch heute gar keinen Geburtstag. Lol. Zehn Schlüssel. Wunderbar. Oh ja, guck mal. Fire mit. Das... Fünf Hoverboards. Vorsprung. Ja, aber wie benutze ich die ganzen Sachen? Mi. Wer ist... Ah, guck mal hier. Obwohl, den finde ich eigentlich ganz cool. Kiste. Ja, der Stani, der ist cool. Der ist witzig. Ah ja. Eine tolle Sprühdose. Ja, komm. Ich will jetzt nochmal... Ah, guck mal. Jetzt hab ich da links... Er hätte den Boost aktivieren können. Ja, die sind nur am Anfang. Kann ich die gleich wieder aktivieren? Ne. Hey, die war noch hier eben auf der... Auf der Seite. Muss ich da doppeltippen? Oh, was ist das denn jetzt? Ah, guck mal. Er ist da ein Hoverboard. Ich hab gedouppeltappt und jetzt bin ich auf so einem Hoverboard. Das ist ja schon ganz geil. Hoverboard OP. Oh ja. Und nochmal ein... Was war... Oh, da... Oh, oh, Wand. Okay, das war knapp. Oh, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Schafft er jetzt einen Rekord? Schnell nach links. Hier nochmal rüber. Ah, guck mal. Da hab ich mit diesem einen Ding... Hab ich die immer so automatisch aufgesammelt. Oh ja. Ah, guck mal. Jetzt ist aber mein... Mein Hoverboard ist jetzt plötzlich wieder weg. Aber ich kann das nochmal wieder... Wir gucken nochmal, wann er das nächste Mal stirbt. Auch wenn ich nicht weiß, ob das klug ist. Vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was es genau bringt. Haluden, damit hast du sozusagen so ein extra Leben. Oh ja, ich hab jetzt aber hier nochmal... Wenn du damit dann irgendwo reindüst, dann... Das finde ich sehr... Bist du nicht direkt tot. Deswegen sollte man eigentlich fast immer Hoverboard aktiviert haben, wenn man kann. Hier, Junge. Okay, 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 okay. Chillig. Hier wird es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen dirty. Oh. Links, unten. Rechts, Sprung. Oh. Da war ein Blitz. Oh. Links, Sprung. Oh. Oh. Da bin ich zusammen. Ah, ha, 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 ha. Da kam plötzlich der Zug. Oh, ich glaube, es ist ein... Ja, es ist ein neuer Highschool. Ey, GG's, GG's. Freunde, ich würde sagen, das restliche Video könnt ihr euch nochmal bei Paluten selber angucken. Wir gucken nochmal ganz kurz. Hat er nochmal einen neuen Highschool geknackt? Ja, er hat nochmal einen neuen Highschool geknackt. Also, sein Highscore in dem Video war bei 10.000 Punkten knapp. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich mal probiere, Paluten's Highscore zu knacken, natürlich auch auf einem neuen Account, ja. Nicht mit meinem aktuellen Account, sondern dass ich irgendwie von null auf einem anderen Handy oder so anfange, dass es gerecht wäre. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut das Original-Video von Paluten gerne mal an. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Outro Bis zum nächsten Mal.